Moin in der Runde, Hauke hier von dem YouTube Channel Max auf Achse. Ich fahre ja täglich mit meinem Scania 77 in der Welt rum, war auch schon in den USA, 15 Wochen unterwegs. Darüber hinaus habe ich eine 8x8, auch in Scania. Mit dem war ich in Gambia, habe die alte originale Dakar Rally begleitet und heute bin ich hier und habe mir einen neuen Low-Bet-Trailer geholt und das nicht ohne Grund. Ich bin ja vor einigen Monaten auf die Baumer gefahren, um mir einen neuen Trailer auszusuchen. Bin da über den Euro-Kompakt von T.I.I. Scheuerle gestolpert. Der Euro-Kompakt hat für mich einige Vorteile, die mir das Leben viel einfacher machen. Und welche Dinge das sind, das könnt ihr bei mir auf dem Channel sehen. Max auf Achse. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Bis bald. Moin aus dem hohen Norden. Das ist ja. Und wie geht es? Ich bin ja. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020